Peace, Freunde, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt genug eingekauft. Corona ist ja absolut am eskalieren, Leute. Wenn ihr noch Clubabier braucht, nutzt gerne meinen Link in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr bestellen. Müsst ihr nicht irgendwie in den Laden gehen. Hashtag Werbung. Wir werden heute, Leute, ich habe ein geiles GTA-Video, let's go. Wir gucken an, Leute. Abgehen die Party hier. So, wir sind hier an LKW. Warte, wir müssen ein bisschen die Musik leiser machen. So, okay. Ganz normale LKW. Zugmaschine. Oh, wird angeschossen. Was? Wie hat er das denn gemacht? Lol, Digga. Okay, kann man mal machen. Kann man mal machen, Freunde. Oh, sowas finde ich heftig. Oh, mein. Nein, Digga. Und jetzt stirbt er. Was? Was? Was, Digga? Nein, no way, Digga. Oh, mein Gott. Was? Oh, shit, Digga. Hey, das funktioniert bei mir nie, Leute, wenn ich immer auf die Autos draufgehe. Ja, nicht dein Ernst, Digga. Lol. Digga, wenn ich das mache, falle ich absolut auf die Schnauze. Oh, das... Oh, das... Ja, genau! Hä? Was? Alles klar, Bruder. Okay, kann man mal machen. Oh, sowas finde ich geil. Oh, shit, Digga. Nice. Hat er wahrscheinlich hundertmal probiert. Aber das war jetzt nicht so schwer. Oh, die Runs kenne ich. Die sind richtig... Richtig geil. Oh, 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 oh. Oh, mein Gott, man muss... Oh, mein Gott, Digga. No. Oh, mein Gott, Digga. Nein. Was, Digga? Ey, man wäre immer tot gewesen. Oh, guck mal. Der hat eine Trollmütze auf. Lol, was man hat er für einen Glitch, Digga. Lol. Kein Wunder, dass der hier ein Ding anhat. Oh, mein Gott, Digga. Oh, 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 oh. Das ist auch wieder so ein Run. Wie Sniper versus. Und... Drei... Drei... Nein! Immer Triple Kill, Digga. Uff, Alter. Ey, Freunde. Triple Kill hier. Ach, du kannst... Oh, da kommt was von hinten. Da kam einer von hinten. Oh, wenn er den jetzt holt, dann hol... Digga. Oh, mein Gott. Lol, was? Okay. Ähm... Eingepackt. Hahaha. Warf, sogar richtig, Digga. Lol. Uff, Alter. Okay, let's go. Let's go. Oh, mein Gott, Digga. Nein! Oh, mein Gott, Digga. Vor allem überlegt man, was für eine... Alter, was für einen Zufall man haben muss. Oh, da bin ich gespannt, Digga. Oh. Alter, ob das geht, Digga. Ey, ich werde 10 Meter geflogen, Junge. Absolut... Alter, hops genommen. Oh, nein, Digga. Das ist eine Lenkrakete. Nein, Digga. Nein, 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 nein. Oh, mein Gott, Digga. Der hat zwar nicht getroffen, aber... Junge. Was ist denn mit den Leuten los, Digga? Lol. Digga, absolut Wrestling hier. Nice. Nice. Geiler Scheiß, Digga. Oh. Okay, er kommt nicht rein. Nein! Oh, mein Gott, Digga. Lol. Lol, Fake ist kaputt. Okay. Aber jetzt durch das... Ne, oder? Ah, ja. Man kennt es. Okay. Okay. Äh, okay. Äh. Ja, das wäre ich. Oh. Lol. Okay. What the f***? What the f***? Oh, im Schnee. Beste Leben, Alter. Beste Leben im Schnee, Freunde. Lol, da liegt einer. Hä? Hä? Da liegt einer. Lol. Wow. Oh. Digga, was braucht man da für Pech, Alter? Oh, mein Gott. Lol. Ah, ja. Man kann auch mal so... Digga, was? Okay. Oh, er hat Kopfsterne. Lol. Lol, das ist es. Oh, shit, Digga. Oh. Okay, Kuruma. Äh, okay, hat der Corona? Läster, Digga. Absolut, du läster. Hab'n geklatscht, ey. Oh, shit, Digga. Ja, okay. Okay, okay, ich dachte, er hat, Digga. Alter, Alter. Lol, der hat den... Lol. Der hat sich da... Was, Digga? Auto, er ist da, oder was, Digga? Lol, der überlebt einfach. Lol. Lol. Es stimmt einfach. Wenn der jetzt aufsteht, Digga. No. Was haben die für ein Leben, Alter? Hä? Lol. Ach, das war's schon. Schade. Ich dachte, da kommt auch was Geiles. Jetzt bin ich mal gespannt, was da passiert. Oh, na... Ups. Ähm. Hä, hä. Digga, wenn das Ding einen erschlägt, dann ist man auch tot, glaub' ich. Geh da nicht so nah hin. Geh da... Nein. Okay. Oh, Sniper versus... Uff, Digga. Lol. Lol, er verarscht ihn absolut, Digga. Oh, shit. Tot. Ja, genau. Erzähl es jemandem... ...morgen oder so. Alles klar, Freunde. Funktioniert auf jeden Fall. Boah, das ist das... Habt ihr auch dieses, äh... Lol. Ja, moin, Digga. Oh, mein Gott. Habt ihr auch dieses, äh... Motorrad? Lol. Ein NPC, Alter. Nimmt ihn einfach mit. Ich würd mal sagen, Boss, Digga. Das nenn ich Boss. Und jetzt ist er tot. Oh, 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 Digga. Oh, Sniper-Duell. Jeder kennt's. Oh, mein Gott, Digga. Habt ihr das gesehen? Lol, lol. Nein. Digga, er wollte ihn überfahren, Alter. Nein. Oh, mein Gott. Was für ein Boss, Alter. Was sind das für Leute? Keine deutschen Lobby-Sail. Ah, ja. Hä, das passiert mir niemals. Lol. Das klappt nie. Oha. Lol, er hat einfach überlebt, Digga. Absolut Düse, äh... ...reinbekommen, aber er hat überlebt. Moin. Lol. Lol. Oh, mein Gott, Digga. Aber heftig, was für Zufall, dass er ihn noch erwischt hat. Uff, Alter. Oh, Röhre, ey. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Oh, shit, Digga. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Okay, Digga. Kein Leben, aber... Oh, mein Gott, Digga. Okay. John Cena! Oh, shit, Digga. Nein, Alter. Nein. Das ist einfach... Nein. Das ist einfach gespawnt. Ohne... Oh, Mann, Alter. Oh, Mann. Äh... Wow. Nein, er kommt nicht mehr raus. Jawoll, Digga. Äh... Leute, das ist kaputt. Ah, ja, Digga. Ah, ja. Lol. Lol. Hahaha. Alter. Oh, shit. Oh, wenn der das... Ey, der schlägt den, oder? Nein. Lol. Okay. Kann man mal machen, Freunde. Kann man mal machen, Digga. Okay. Ähm. Oh, mein Gott, Digga. Das ist mir aber auch noch nie passiert. Oh, shit. Okay. Hahaha. Oh, Mann. Loi, Digga. Wo kam das denn her? Hahaha. Äh? Als ob die Autos so... Loi, Digga. Ey, halt. Okay. Okay. Keiner wollte anscheinend den Bus haben. Oh, oh, oh. Was hat der vor, Leute? Der kann ja... Oh, hinter ihm, hinter ihm. Lol. Oh. Okay. Er hätt den Sturz überlebt, Freunde. Aber so? So natürlich nicht. Oh, 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 oh. Oh, shit. Lol. Hey, what, Digga? Ah, ja. Ah, ja. Wo ist das? Geh da. Ähm. Ähm. Okay. Oh, mein Gott. Was? Siehst du das? Wie er sich freut, Digga. Absolutely nice, Digga. Das freut doch einen, wenn einer so einen Spaß an GTA hat, Leute, oder? No. Schock, Freunde. Oh, kommt er durch? Oh, mein Gott, Digga. Null. Nice. Let's go, Digga. Let's go. Eieieieiei. Was haben die denn drauf hier, Leute? Oh, shit, Digga. Oh, shit. Das ist niemals. Niemals. Oh, mein Gott. Ja, genau, Freunde. Oh, nein, der Arme. Uff. Lol. Genau, Digga. Ich würde erst mal sterben. Guck mal, da würde ich schon zehnmal runterfliegen vom Motorrad. Ja, moin, Digga. Er überlebt einfach. Man kennt es. Oh. Lol. Okay. Straßensperre. Kann man mal machen, Leute. Checkt gerne mal diesen Kanal ab. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung, Leute. Lassen wir hier auf jeden Fall ein Like da. So wie auch du hier unter diesem Video ein Like gerne da lassen. Das ist kostenlos. Und abonnieren natürlich. Würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder. Peace. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.